Ich war wieder einkaufen, habe viele spannende Neuheiten gefunden, die ihr haben wolltet. Und heute sprechen wir über Flops und Tops, die es ab sofort in der Drogerie gibt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Neuheiten-Drogerie-Haul. Ich bin gestern mal wieder zu Rossmann gefahren und habe ein paar wirklich spannende Sachen gefunden. Wir haben ein paar Dupes, wir haben ein paar Make-up-Neuheiten und viele, viele Produkte, die ihr von mir getestet haben wolltet. Ich habe euch gestern bzw. vorgestern gefragt, ob es Produkte gibt, die ich für euch testen soll. Und da haben einige sich nicht lumpen lassen und mir eine ganz schön große Liste geschrieben. Aber genau das ist das, was wir brauchen. Ich kaufe die Sachen für euch, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind. Und ich würde vorschlagen, wir starten. Wir müssen einmal ganz kurz über etwas reden. Ganz wichtig, es ist kein bezahltes Video, das kennt ihr. Meine Haul sind nie bezahlt, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. Aber ich muss was dazu sagen. Als emotionale Günstmaus immer noch in meinem Herzen müssen wir über diese Rossmann-App sprechen. Ich habe diese Rossmann-Spar-Coupon-App immer und ich weiß, viele benutzen immer diese 10%-Codes, die es in der Post gibt. Aber es gibt ja nicht nur diese 10%-Codes. Und ich habe alleine gestern 16 Euro gespart. Anstatt 104 Euro für diese kleine Menge hier habe ich nur 88 Euro gezahlt. Und ich wollte euch mal zeigen, in meiner App, da kann man nämlich sehen, wie viel man schon gespart hat. Meine Ersparnis 218 Euro. Freunde, für 218 Euro, das ist eine Menge Geld, die man sparen kann. Also probiert das wirklich mal aus. Und aktiviert da die Coupons. Und manchmal gibt es auch so Kombinations-Coupons, dass man ein paar Sachen miteinander kombiniert. Und dann kann man nochmal mehr sparen. 25% oder so. Habe ich gemacht und habe wirklich eine Menge gespart. 16 Euro ist schon wirklich eine Menge. Will ich gar nicht so viel darüber reden. Nur als kleinen Spartipp. Wir sparen, wo man kann. Wir starten mit Babydream. Ich habe übrigens auch nur Produkte gekauft, die als neu deklariert worden sind. Unter anderem Babydream Feuchttücher. Wir haben kein Baby. Aber wir haben jemanden, der sich schminkt und der hier gelegentlich mal seine Hände oder seine Arbeitsplatte hier ein bisschen sauber machen möchte. Und ich wollte das hier mal ausprobieren. Weil ich finde, diese Make-Up-Entferner-Tücher sind oft schon sehr austrocknend. Auch für die Hände. Und am Ende brauche ich nichts, außer ein bisschen Wasser und so ein Tuch, um das hier sauber zu machen. Ich habe hier aber kein Waschbecken. Deswegen nehme ich diese Babytücher. Die sind deutlich günstiger auch als Abschminktücher. Da ich mich nicht mit Abschminktüchern abschminke und es auch nicht tun werde, ist das hier zum Reinigen der Arbeitsfläche und so völlig in Ordnung. Die riechen halt immer nach, weiß ich nicht, nach Babyreinigungstüchern. Ich mag den Duft ehrlich gesagt nicht so. Aber es ist völlig in Ordnung. Hier sind 80 Tücher mit drin. Und es ist sogar mittlerweile auch dieses Symbol hier drauf. Nicht in die Toilette werfen und nicht ins Meer werfen. Die Armschildkröten. Also einmal Babytücher. Die bleiben gleich hier liegen. Und dann, ich muss wirklich sagen, also 104 Euro ist schon heavy. Ich habe aber auch wirklich viele teure Drogerieprodukte gekauft, weil sie mich sehr interessiert haben. Mein Interesse im Moment ist so ein bisschen, es wandert so ein bisschen. Ich probiere eigentlich im Moment verschiedene feste Produkte aus, weil ich neulich echt einen Schreck bekommen habe, als ich den letzten Aufgebrauchthall gedreht habe und das sortiert habe in die Plastikmülltüten, wie viel Plastikmüll ich produziere. Hier in dem Haul wird es nicht besser, aber ich habe mir ein paar Sachen schon mal rausgesucht, die ich aber jetzt hier noch nicht in den Haul mit reinpacke, weil ich sie erstmal testen möchte. Hier habe ich tatsächlich schon eigentlich alles einmal getestet. Und deswegen geht es auch direkt los mit Garnier. Das ist eine Augencreme, eine neue. Hier Vitamin C mit 4% Niacinamid, Koffein, Vitamin C und Bananenpuder kommt in einer Papierverpackung und die ist auch für alle Hautfarben gemacht. Das ist ganz spannend. Ich würde dem nicht ganz zustimmen. Das ist so eine kleine Tube. 15 Milliliter sind hier mit drin, eine recht schmale Verpackung und sie fühlt sich tatsache auch an, als wäre das recycelter Kunststoffformel in einer CO2-neutralen Fabrik hergestellt. Also hier steht jetzt nichts, ob die Verpackung recycelt ist. Es fühlt sich aber zumindest so an. Es ist so ein bisschen wie so Kraftpapier, nur in Plastik. Die habe ich schon benutzt. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die ist gelb und wenn die eingezogen ist, hinterlässt die so einen leichten Schein an Schimmer und kaschiert so ein bisschen die Augenränge. Sehr, sehr zart. Also wenn ihr sehr hell seid, ist die, glaube ich, für den Alltag nicht unbedingt was. Wenn ihr ein bisschen dunkler seid, so ab mir dunkler, sehr, sehr gut. Einfach um es optisch auch schon mal so ein bisschen aufzuhellen. Hat nicht gebrannt, da bin ich ja immer sehr empfindlich, was Vitamin C an den Augen angeht. Sehr, 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 sehr gute Empfehlung. Jetzt schon nach dreimaliger Verwendung. Gestern direkt, als ich sie gekauft habe, dann abends nach dem Abschminken und heute Morgen nochmal dreimal. Eine Sache, die ich ausprobieren wollte, denn im Moment bin ich so ein bisschen auf Pickelpatches. Ich habe ja von Mario Badescu diese Drying Lotion, die trocknet mir aber zu viel drumherum aus. Und ihr seht, dass ich ja vielen kleinen Besucher bekommen. Und Schebens hat jetzt auch Anti-Pickelpatches. Und ich mag die eigentlich ganz gerne, weil man die nicht so stark sieht. Wenn du so einen weißen Fleck Drying Lotion im Gesicht hast, kannst du nicht rausgehen. Mit so einem kleinen Klebepatch geht das schon. Und dann sieht das nicht ganz so daneben aus. Wollte ich einmal ausprobieren. Zwölf Stück sind hier mit drin. Das ist schon sehr, 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 sehr teuer. Im Verhältnis zu denen von Balea. Ich glaube, bei Balea sind 84 Stück drin und die kosten 99 Cent. Und hier sind nur zwölf Stück drin und die waren bei 1,29. Aber vielleicht ist Schebens gut. Ich bin ja der Meinung, dass Schebens auch wirklich gute Produkte hat. Und manchmal muss man so ein bisschen gucken, welche Produkte man auswählt. Deswegen, vielleicht habt ihr ja schon Erfahrungen mit einigen Produkten hier gemacht. Dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Oder ihr findet noch etwas, wo ihr sagt, hey Maxim, das hättest du nochmal mit kaufen müssen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich gehe am Wochenende eh wieder in die Druckerie. Okay, wir haben ebenfalls aus dieser Vitamin C Reihe ein Serum. Das Skin Active Nacht Serum. Da gibt es jetzt mittlerweile eine ganze Reihe von Garnier. Ich bin ehrlich, ich habe mit Garnier nicht mehr viel zu tun gehabt. Seit, ähm, also das waren nie so die Produkte, wo ich hingegangen bin. Aber Vitamin C ist wohl im Moment sehr beliebt. Und deswegen kommen auch viele Brands mit Vitamin C Serien raus. Das ist jetzt für die Nacht. Es gab auch noch eins für den Tag. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am, gestern Abend zumindest. Ich habe es heute Morgen auch einmal benutzt. Da weiß ich jetzt aber nicht. Ich habe nämlich ein Problem. Vielleicht erkennt ihr es auf der Stirn. Ich habe alle Produkte heute Morgen nochmal benutzt. Und die Kombination war nicht so gut. Das ist ganz toll. Kommt in einer dunklen Glasflasche. Vitamin C ist sehr lichtempfindlich. Und ihr müsst unbedingt aufpassen, dass ihr das immer richtig, richtig zuschraubt. Weil ich hatte ja neulich das L'Oreal Serum, ne? Dieses neue Vitamin C Serum. Das ist sehr, 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 sehr gut. Aber ich habe das halt nie richtig zugemacht. Und nach zwei Wochen ist es ganz, ganz dunkel geworden. Und sobald es dunkel ist, könnt ihr es wegwerfen. Und das ist halt bei 19 Euro echt schade. Das ist eine sehr durchsichtige Konsistenz. Noch leicht dickflüssig, aber nicht so gelig. Riecht sehr weich auf der Haut. Schon fast silikonig fühlt sich das an. Riecht sehr neutral. So ein bisschen frischer. Ein bisschen... Ich kenne den Duft. Und ihr kennt den Duft auch. Ist ein sehr einfacher Duft. Und hinterlässt auch wirklich so einen ganz, ganz leichten glowy Film auf der Haut. Sehr, sehr schön. Und ich muss mal gucken, ob das wirklich nur für die Nacht ist oder ob das vielleicht das Produkt war, was mein Make-up tagsüber zersetzt hat. Das kann ich jetzt aber nicht negativ deklarieren. Also wenn ich ein Produkt kaufe, wo drauf steht abends und ich es morgens benutze und dann ein Problem damit habe, bist du selbst schuld. Ne? Ist halt nicht dafür gemacht. Hat mir jetzt aber wirklich gut gefallen. Hier sind auch Vitamin C-Derivate mit drin. Den Glowbooster für die Nacht. Ich schaue mal ganz kurz. Was ich sehr, sehr gut finde bei Garnier mittlerweile ist... Ach nee, hier ist es zum Beispiel wieder nicht drauf. Es gab doch mal eine Zeit, da haben die auf der Seite aufgelistet, die Inhaltsstoffe und was das für Inhaltsstoffe sind. Also, da muss ich mal ein bisschen schauen. Ich probiere mich gerade so ein bisschen aus mit Pflege aus der Drogerie. Ansonsten, wenn ihr ein gutes Vitamin C-Serum sucht, das neue von Colibri Skincare ist sehr, 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 sehr gut. Da hast du halt nicht dieses Gereizte. Das Make-up sieht wunderschön da drauf aus. Funktioniert gut. Garnier, weiß ich nicht. Also ich habe Garnier Ewigkeit nicht mehr benutzt. Die Haarspülung, okay. Das im Zellenwasser ja, aber Pflege wirklich war das letzte, glaube ich, diese Garnier Clirazil. War Clirazil Garnier? Also Pickelpatches, aber da war ich 14. Also das ist auch schon viele, viele Sonnenumdrehungen her. Dupe Alarm. Ich habe hier von John Frieda die Deep Sea Hydration Feuchtigkeitsmaske für die Haare gekauft. Und die hat mich vom Duft her so ein bisschen an die von Way erinnert. Ich blende euch ein Bild hier ein. Das ist die Haarpflegemarke von Jen Atkin, der Haarsalistin von den ganzen Kardashians und von den ganzen Promis. Die hat eine sehr gute Pflegerei. Da habe ich gleich noch ein Stück dazu. Also bleibt unbedingt dran. Riecht so ein bisschen, was ist das? Das ist Urea. Das riecht ein bisschen nach Urea. So dieses ganz, ganz leicht Säurige, aber frisch. Ein bisschen aquatisch. Bin ich sehr gespannt, wie die funktioniert. Im Moment habe ich wieder ein Aufflamm auf meinem Kopf gehabt. Von dieser sehr, sehr trockenen Faser. Deswegen will ich nachher auch unbedingt mal was probieren. Aber ich wollte deswegen schnell das Video drehen. Es ist 5.37 Uhr. Ich wollte das Video schnell drehen, dass ich meinen Kopf in Öl tunken kann. Bin ich gespannt, wie die funktioniert. Ich habe aber noch einen Tube gefunden. Und das ist von Isana. Und das ist ein Soft Wave Salzspray. Auch das gibt es von Way. Und das liebe ich oder habe ich im Sommer vor allen Dingen immer gerne benutzt. Ich habe mir das draufgesprüht. Habe dann den Dyson benutzt. Mir so ein paar leichte Wellen mit reingemacht. Mehr nicht und die Haare sind leicht. Die sind nicht so beschwert, aber sie halten so ein bisschen. Also wenn ihr dieses Feeling von Strand auf den Haaren sehr gerne mögt, könnte das was sein. Hier ist auch noch Pflegevitamin mit drin. Und ich glaube Glycerin war auch noch mit drin. Ja, nee, doch Glycerin ist hier mit drin. Und Panthenol, was dieses Salzige so ein bisschen ausgleicht. Ich mag den Duft auch sehr gerne. Es hat so ein bisschen was von Grapefruit. Das gibt einfach so ein bisschen Grip in die Haare. Ich bin jetzt kein Haarpflegeexperte. Vermutlich wird das nicht so gut für die Haare sein. Also jeden Tag würde ich das jetzt auch nicht benutzen. Aber mag ich ganz gerne. Und ich werde das vergleichen mit dem Waiting. Das habe ich schon mal neu bestellt. Und dann kann ich das nochmal genau eins zu eins vergleichen. Jetzt wird es wieder ein bisschen teurer. No Cosmetics hat ein Shaving Oil rausgebracht. Besonders ergiebig. Drei bis fünf Tropfen für eine sanfte, gründliche Rasur. So, das kommt hier in einer sehr, sehr kleinen Flasche. Ich habe es noch nicht ausprobiert. So ein bisschen dickflüssiger. Oh ja, ach krass. Also es ist nicht flüssig ölig, sondern so ein bisschen dickflüssig ölig. Und hinterlässt einen sehr, sehr zarten Film. Es ist aber sehr stark parfümiert. Oh, es riecht sehr stark nach Sandelholz, Zitrone. Also es ist schon, es hat schon ordentlichen Duft. Und es ist auch nicht so ein, in Anführungszeichen, femininer Duft. Das riecht nach Sauna. Das riecht nach Sauna. Ich, ich habe damit kein Problem. Ich liebe Duftstoffe, ja. Ich liebe Duftstoffe, weil es einfach ein schönes Gefühl gibt. Beim Rasieren ist es mir wurscht. Ähm, wollte ich mal probieren, weil ich meistens so ein paar eingewachsene Haare kriege. Und vielleicht funktioniert das damit besser. Ich hasse Rasierschaum. Ich, ich mag das nicht. Ich mag das Gefühl auf der Haut danach nicht, weil die Haut sich danach immer ganz komisch anfühlt. Die ganze Dusche ist rutschig. Wird wahrscheinlich hiermit nicht besser sein. Ich werde es ausprobieren und gebe euch dann im Aufgebraucht-Video ein Update. Wir haben noch mehr Pflege. Und zwar aus der L'Oreal Man Expert 3. Und über die Augenpflege habe ich tatsächlich schon viel Gutes gehört. Die ist mit Hyaluronsäure. Und soll sofort faltendukle Augenringe und Tränensäcke minimieren. Sieht einmal so aus. Schlicht, sehr maskulin gehalten. Ich finde das in Ordnung. Also, ich weiß, viele finden das immer nicht gut, wenn man etwas, wenn man Produkte gendert, in Anführungszeichen. Aber ganz ehrlich, wenn ich da es schaffe, mit einer blauen Verpackung einen Mann anzusprechen, ein Produkt zu kaufen, was ihm potenziell gut tut, dann soll das Ding auch voll mehr aus gerne blau sein. Mir ist das wurscht. Ich kaufe halt alles. Und jeder ist ja seines eigens Glückes Schmied. Da kann man ja selbst entscheiden, ob man den blauen Rasierer oder den rosanen Rasierer kauft. Ist es richtig, dass rosanen Rasierer teurer sind? Absolut nein. Um Gottes Willen. Und ich rede von der anderen Seite, von Männern, das ist etwas Man-Expert, super maskulin, Power-Hole, Power-Age. Wenn es hilft, bitte. Habe ich ausprobiert. Hat mir sehr gut gefallen. Ist sehr schön eingezogen und hat auch so einen leicht kühlenden Effekt gehabt. Ein Produkt, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, ich verstehe es aber. Und ich bin vermutlich auch mit diesem Make-up nicht die richtige Zielgruppe dafür gewesen. Das ist das Power-Age-Serum mit Mehrfachwirkung, intensive Straffung der Haut, ein Hyaluronsäure-Serum. Das riecht wie ein typisches Aftershave für den Mann. Ich liebe den Geruch. Das macht mich immer ganz wuschig. Ich mag diese richtig, ne, bitte, please don't cancel me, männlichen Düfte. Aber ich glaube, wenn ich das sage, können viele was mit anfangen. Es riecht sehr maskulin. Es riecht sehr, sehr stark. Und es hinterlässt einen sehr matten Film auf der Haut. Also es mattiert wirklich gut. Mit einer öligen Haut könnte das eine gute Sache sein. Die meisten Männer wollen ja auch so ein bisschen mattiert sein. Und nicht glowy skin und super fresh. Ich werde das probieren, hier im Halsbereich zu nutzen nach der Rasure. Das ist ja hier bei mir mit dem Pickelchen. Ich will das hier unbedingt weglasern lassen, aber ich traue mich nicht. Im Gesicht würde ich es persönlich nicht unbedingt benutzen, wenn ich Make-up trage. Wenn ich kein Make-up trage, könnte das eine gute Sache sein. Wir haben Make-up und da tragen wir doch gleich mal was auf. Und zwar hat L'Oreal einen neuen Lippenstift rausgebracht. Das sind die Intense Volume Matts. Ich habe mich für die Farbe 600 entschieden. Packaging ist wunderwunderschön. Sehr, sehr sleek. Sehr natürlich. So ein ganz, ganz zartes Packaging mit gummiertem Gummi. Ist ein recht schmaler Stick. Finde ich aber in Ordnung. Ist für unterwegs ganz gut. Wir tragen ihn einfach mal auf. Ist eine sehr schöne Farbe. Gibt gut Farbe ab. Werde ich nochmal weiter austesten. Ich dachte, ich nehme ihn einfach mal mit. Schau mir die Textur davon an. Wie er sich so ein bisschen verhält. Ich habe jetzt ein bisschen Pflege drunter gehabt. Deswegen wird er nicht so ganz matt werden. Vielleicht habt ihr die schon ausgetestet. Ich muss sagen, ich mag die Verpackung sehr gerne, weil sie so filigran sind. Es fühlt sich sehr, sehr, sehr hochwertig an. Das merkt man aber generell bei vielen Drogerie-Produkten im Moment, dass das alles wertiger wird. Von der Verpackung her. Wir haben noch ein anderes Make-up-Produkt. Und zwar von L'Oreal. Das ist aber, glaube ich, nicht neu. Ich glaube, sie haben nur die Verpackung geändert. Das Grüne liebe ich. Das ist so ein bisschen, um Rötung zu kaschieren. Es gibt aber auch noch die Magic BB mit Vitaminkomplex B5 und Vitamin E. Sieht einmal so aus. Ich glaube, sie haben einfach nur die Verpackung geändert. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Ich bin ja im Moment eh so ein bisschen auf dem Skin-Tint-Trip. Kommt in so einer weißen Form raus. Und dann wird das etwas farbiger und kaschiert so ein bisschen. Auch hier mochte ich diesen leichten Glow auf der Hand. Ich habe ihn geswatcht. Ich habe ihn auch einen Moment drauf gelassen. Ich habe mich jetzt für die mittlere Farbe, glaube ich, entschieden. Wird im Sommer dann... Also ich probiere ja schon so ein bisschen längerfristig zu denken. Das ist ja ein Produkt, was ich eher im Sommer trage als im Winter. Es hat auch einen Rosé-Unterton. Das passt mir natürlich sehr, sehr gut. Hat mir gut gefallen. Der Grüne ist aber auch sehr gut unter Full-Coverage-Make-up, um Rötungen wirklich zu kaschieren. Und jetzt, Freunde, ich verstehe Bodysprays nicht. Vielleicht könnt ihr mir da helfen, aber vielleicht bin ich da einfach nicht mit aufgewachsen mit Bodysprays. Ich weiß noch, viele meiner Freundinnen haben immer Bodysprays getragen und dann den ganzen Klassenzimmer voll gesprüht. Ich verstehe Bodysprays nicht, aber ich habe etwas von Bruno Banani gekauft. Jasmin und Vanilla Sunset Blossom. Dieser Duft ist toll. Der ist sehr, sehr... Er riecht nicht billig. Und das war immer mein Gedanke bei Bodysprays, dass die so billig riechen. Und ich glaube, dass das etwas sein kann... Also ich... Die werden ja nicht so lange auf der Haut halten. Aber es ist für Body und Hair. Aufs Haar würde ich nur auch nicht unbedingt sprühen. Es sei denn, du hast sehr, sehr lange Haare, weil bei mir ist es direkt an der Kopfhaut. Aber als Raumduft, als Autoduft, als mal schnell die Klamotten so ein bisschen refreshen, ist das genial. Es ist ein bisschen teurer, aber hier ist ja auch ein Viertelliter mit drin. Da kommst du in einem Moment mit aus. Es ist sehr Jasmin-lastig. Ich finde aber nicht so billig Jasmin. Das ist ein ganz, ganz besonderer Duft, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ganz, 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 ganz toll. Ich musste es gestern sofort im Auto aufsprühen und habe den ganzen Sitz mit eingesprüht. Ich habe Gott sei Dank Stoffsitze. Da geht das. Oh, mein Auto hat gerochen wie... Uh, da wäre ich gern länger drin geblieben. Große Empfehlung. Bruno Banani. Ich finde, muss ich sagen, ich liebe Düfte. Ich liebe Düfte. Aber Bruno Banani, der hat mich, glaube ich, der Name einfach immer nur abgeschreckt. Und diese Werbung mit dem Mann und den 20 Damen um ihn herum. Und das sitzt immer noch in meinem Kopf. Und das hat mich persönlich, glaube ich, davon abgeschreckt, diese Sachen zu kaufen, weil ich mir dachte so, boah, was für eine doofe Werbung. Der Duft, toll. Und wir haben zu guter Letzt von Gene & Len, unseren Freunden ohne Gedöns, ein trockenes Pflegeöl. Und das testen wir jetzt direkt einmal aus. Kokos-Sandelholz. Packaging ist sehr schlicht, gefällt mir aber ganz gut. War auch gar nicht so günstig, ne? Ich glaube, 5 Euro. Ja, 4,99. Ich habe im Moment, jetzt ist ja... Oh nein, schon kaputt. Ich habe im Moment, nachdem, jetzt wo die kurze Hosenzeit beginnt, meine Beine, ich sehe aus wie ein Käse. Ich sehe sehr käsig aus an den Beinen. Und die Haut ist super, super trocken. Deswegen probieren wir das Ganze einmal aus. Riecht gut. Nach Sommer. Uh. Riecht wirklich gut. Und damit wollte ich mir jetzt mal die Beine einschmieren. Fühlt sich Tatsache... Ja, das fühlt sich nicht so glipschig an. Und bei mir ist immer... Ich habe ja... Ich bin ja eine behaarte Maus, ne? Ich bin ein sizianischer Zitronjung. Und, äh... Wenn ich Öl benutze an den Beinen, kleben die Haare. Wenn es ein trockenes Öl ist, nicht. Sieht super aus. Große Empfehlung vom ersten Auftrag her. Mag ich ganz gerne. Ich muss meine Haut im Moment... Ich merke es, ne? Aber vielleicht geht es euch auch so. Oder vielleicht ist es einfach nur eine Berufskrankheit. Ich mache alles für mein Gesicht. Alles. Jedes Cremchen. Jedes Tiegelchen. Jedes Serum. Jede Ampulle. Jede Kur. Jede Behandlung, die es auf dieser Welt gibt für mein Gesicht. Und ab hier... Wurscht. Und so langsam habe ich das Gefühl, dass ich das sehe. Also ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr gute Haut im Gesicht. Aber ich sehe, dass ich die anderen Stellen meines Körpers so ein bisschen vernachlässigt habe. Weil ich einfach... Es ist halt so viel Fläche auch. Da bist du eine Stunde beschäftigt. Da habe ich keinen Bock. Und dann stehst du da wie so ein Seestern nackt im Badezimmer und wartest, bis das alles eingezogen ist. Und das ist mir zu doof. Deswegen lasse ich es. Ich muss mir diese Zeit nehmen und mich ein bisschen mehr ab hier pflegen. Mit Cremes und vielleicht auch so einem Pflegeöl. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Und dann schauen wir mal, ob sich das vielleicht ein bisschen zum Positiven ändert. Ihr Süßen Mäuse. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt vielleicht das ein oder andere Produkt gefunden, was euch vielleicht interessiert. Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hier am Montag schon wieder. Und dann, ja, fühlt euch geküsst. Bis zum nächsten Mal.